Ich freue mich immer sehr hier zu sein. Ich fühle mich hier schon richtig zu Hause. Ich habe immer einen ganz tollen, warmherzigen, freundlichen Empfang. Und ich freue mich, wenn wir im Juli bei unserem Stadtfest die Delegation aus Törek-Balin genauso empfangen können. Wir sind richtige Freunde. Wunderschön, wir haben hier ganz tolle neue Sachen gesehen. Es war ein ganz tolles Wochenende und das Mai-Fest hier ist immer ganz besonders. Ich freue mich jedes Jahr hier zu sein, weil das toll ist, die vielen Stände, die vielen kulturellen Höhepunkte, die es hier gibt. Das ist einfach wunderbar.